Der fünfteilige Schraubendreher Satz hier besteht aus Philips, Kreuzschlitz und Schlitzschraubendrehern und im Detail schauen wir uns die jetzt mal an. Enthalten sind im Satz drei Schlitzschraubendreher, einmal die Größe 4 x 100 mm, 5,5 x 100 mm und 6,5 x 125 mm. Zudem sind dann die Philips Größen enthalten und zwar pH 1 x 75 mm und pH 2 x 100 mm. Alle Schraubendreher bestehen aus einem Zwei-Komponenten-Griff, der ein Abrutschen verhindert. Zudem sind die Schraubendrehergriffe im hinteren Bereich nochmal gekennzeichnet für leichteren Werkzeugzugriff. Die Spitzen im vorderen Bereich sind brüniert und zudem gehärtet, somit garantieren sie eine lange Lebensdauer. Beim großen Schlitzschraubendreher 6,5 x 125 mm bzw. beim pH 2 Schraubendreher habe ich zusätzlich noch eine Sechskantaufnahme vorne an der Klinge. Somit kann ich für mehr Kraft auch einen Schlüssel einsetzen. você. zumachen so